Yo, was geht ab TCG-Fans? Für die von euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Mike Solaris und ich hoffe, ihr seid schon genauso geglaubt auf den 7. Dezember wie ich denn. Am 7. Dezember in der Dowdback-Karte in Willingenschweiningen findet Coming Home statt und bei Coming Home kommt es zu einem Gauntler-Match, von dem ich Teil davon bin. In diesem Gauntler-Match heißt es nachher wieder, viele Wrestler nur einen Sieger. Ich werde natürlich mein Bestes geben, um als letztes im Ring zu stehen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, kommt vorbei und get ready for some highfly shit.